Musik Yo, was geht ab Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute gibt es mal Doppelt oder Nichts gegen Pure, weil der hat seine Schulden. Einmal habe ich gegen ihn gewonnen und dann hat er sie immer noch nicht beglichen. Deshalb heute Doppelt oder Nichts, wenn ich gewinne, kriege ich 100 Euro von Pure. Und wenn er gewinnt, dann ist es wieder auf 0 und ja, du konntest jetzt auch mal hallo sagen. Hallo, ja ich muss sagen, mein Ding ist noch nicht gekommen, mein Geld. Sonst hätte ich meine Schulden schon lange beglichen. Okay, wir spielen heute Arsenal gegen PSG. Ich wollte nur ganz kurz noch etwas sagen Leute und zwar habe ich mir jetzt einen Twitter-Account erstellt. Ich verlinke ihn euch mal ganz oben in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr mir gerne folgen, um auch dort auf dem neuesten Stand immer zu bleiben. Leute, übrigens, falls ihr keinen Twitter-Account habt, dann erstelle ich einfach einen, weil ich finde Twitter und Instagram persönlich am allerbesten. Ja, ist es auch. So, komm jetzt hier Ösi mit dem Doppelpass mit Kasola und nochmal. Oh! Er ist gestorben. Nein. Jawohl, nice. Well back. Oh mein Gott! Ich dachte schon, ich vertändel die Kugel. Nice! Nein! Sauber, Ibra. Ibra. Alter. Mertesacker, komm! Alter, was ist denn? Alter, der Schuss. Alter, das war Schneckenrennen. Ist so. Komm, Ibra, jetzt. Hau den Schuss raus. Ibra. Wie kann Ibra den daneben sammeln? Jetzt komm, Lavecci. Mertesacker. Lavecci, bitte, du dummer Hurensohn, Mann. Özil, Mann. Ja, das gilt ins Leere. Ja, ich auch nicht hier. Siehst du das? Nee, nee. Ich bekomme den Ball noch. Spätestens beim Anstoß wieder. Na, okay. Ein Versuch was wert. Der auch. Der hat zu viele Fehler. Oh Gott, jetzt. Bitte, bitte. Mertesacker, schau mal wie langsam er ist. Nein! Was für eine Parade! Mertesacker. Hast du gesehen, wie langsam der war? Was sind das für blöde Pässe? Jetzt, Ibra, Ibra. Nein! Oh mein Gott, der... Was hast du gemacht, Alter? Wie er lacht, ich weiß nicht. Ich habe mich verdrückt. Komm, komm. Das ist jetzt wichtig. Oh. Was hast du geworfen? Noch ein bisschen durchhalten. Alter, es läuft keiner mit. Mertesacker! Ja! Ja! Ja, Mann! Nein! Anton? Ja? Anton? Ja. Anton, hörst du mich, oder? Hörst du mich nicht, Kür? Ist irgendwas kaputt bei mir. Nein! Pio hört mich gerade irgendwie nicht. Oh mein Gott. Ja, Mann, Leute. Er hört mich nicht. Mein Mikro geht anscheinend gerade nicht beim Astro. Oh mein Gott. Es gibt Elfmeter. Ich muss ihn... Ich muss ihn nur reinmachen. 100 Euro. Ja! Golazzo Cazolla in der 90. Oh mein Gott, Leute. Wenn Pio jetzt noch ein Tor macht, ne? Ja! 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 Ich hätte noch den Schuss bekommen müssen. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Pio ist anscheinend ziemlich mad. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Und beim nächsten Video zeige ich euch dann, wie ich die 100 Euro von ihm bekommen habe. Und tschüssi. Ah! 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 Hahaha